99 Prozent der Trainierenden haben eher überdominante Arme und Schultern, weil sie halt viel falsch machen. Ich würde jetzt nie anfangen, die perfekte Lastkurve zu suchen. Dann geht ihr mit ganz anderen Augen durchs Studio und könnt euer Training auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Leute, willkommen zum neuesten Video. Wir begrüßen euch hier aus Hamburg und machen mal ein absolutes Basic-Video, was aber unheimlich wichtig ist. Denn immer wieder gibt es die Themen verkürzte Position, gedehnte Position, verschiedene Lastkurven und Geräte. Wo sind sie denn jetzt schwer, wo sind sie leicht und wie kann man das Ganze für sich nutzen? Ich habe mir heute hier den lieben Fabi herangezogen und wir werden mal ein bisschen fachsimpeln und euch ein paar Sachen verdeutlichen, wie man erkennen kann bei einem Gerät, wo es denn schwer und wo es leicht ist und dann dementsprechend auch, wie man das Ganze für sich einsetzt. Wir haben hier die Theba, ein schönes Beispiel, weil das ist ein Gerät, was halt in der gedehnten Position sehr schwer ist und in der Kontraktion leichter wird, was dann auch wieder sehr zuträglich ist für die Muskulatur des oberen Rückens, um da wirklich gut reinzukommen. Ihr könnt euch das immer so vorstellen, je weiter das Gewicht sozusagen von euch entfernt ist, desto schwerer wird es. Das kann man sich auch wieder zunutzen machen, indem man halt Gewichte eher hier positioniert, damit es halt nicht so schwer ist oder hier, um es schwerer zu machen. Somit habt ihr einen aktiven Einfluss darauf, wo ihr Akzente setzen wollt. Es gibt zum Beispiel auch Theba-Maschinen, die so einen extrem langen Hebelarm haben. Da werdet ihr feststellen, dass ihr wahrscheinlich irgendwie nur 20 Kilo braucht oder so, weil der Hebel so groß wird, dass es extrem schwer wird. Grundsätzlich, hier ist das Gewicht sozusagen weiter weg und je näher ihr es ranzieht, desto einfacher wird es. Ihr stellt euch vor, ihr habt jetzt hier die Kurve, die zieht natürlich viel mehr, als wenn ihr hier dran seid. Und dementsprechend ist das halt ein Gerät, wo die Dehnung eher weg ist. Bei Brustpressen und so weiter sieht das anders aus. Wir können uns ja mal eine zur Hilfe ziehen, wo eher die Kontraktion schwer ist. Gehen wir an die Hammer? Ja, können wir an die Hammer kurz gehen, ja. Ja, das ist mein Part. Wer mir jetzt schon etwas zugehört hat, hat auch schon von mir gehört, dass ich kein großer Freund von diesen Brustpressen bin. Weil genau von dem, was Danny gerade beschrieben hat, sind wir jetzt hier das Gegenteil. Also, wir nähern uns jetzt hier nach oben der Horizontalen an. Das heißt, hier ist das Gewicht am schwersten, hier ist es am leichtesten. Was sagt uns das? Gerade bei einer Schrägbankdrückvariante, sobald, ich mache es mal seitlich, sobald mein Ellenbogen hier über das Schultergelenk ist, wird tendenziell mehr die vordere Schulter arbeiten. Und je näher ich in den Lockout komme, bei allen Drückvarianten, umso mehr arbeitet der Trizeps. Was sehen wir jetzt hier? Sie wird oben schwer. Das heißt, gerade da, wo weniger Brust und mehr Schulter und Trizeps arbeiten, wird die Maschine schwer. Hier unten, wo die Brust arbeitet, ist sie leicht. Das ist auch der Grund, warum ihr, wenn ihr hier oben ins Versagen trainiert, hier unten noch zehn halbe Wiederholungen machen könnt. Das ist jetzt was, womit ich herausfinden kann, gut, okay, ich habe zumindest eine Trizeps-dominantere Brustpress. Ist es deswegen schlecht? Nee, aber man kann sich deswegen auf jeden Fall erstmal bewusst sein. Erstmal noch shameless plug, ein kleiner Tipp, wie ihr das Ganze hier brustdominantere machen könnt, könnt ihr bei mir auf dem Kanal finden. Aber wir schauen uns jetzt mal noch ein paar andere Maschinen an, um euch einfach mal zu verdeutlichen, was sind die Unterschiede. Wichtig halt nochmal zu sagen, nur weil wir die Brustpresse rausdrücken, wird es nicht automatisch schwer. Es liegt hier daran, dass das Gewicht an diesen Hebelarmen so positioniert ist. Wir haben auch Brustpressen, die wir gleich zeigen werden, als Pendant dazu, wo das Gewicht hinten positioniert ist, sozusagen über eine Umlängefunktion. Da ist es genau das Gegenteil, dass das Gewicht eher hinten schwer ist. Das heißt, es liegt jetzt nicht daran, dass wir das Gewicht einfach nur rausdrücken. Macht nicht den Fehler, das so zu bewerten, sondern es kommt darauf an, wo das Gewicht positioniert ist. Hier ist es nah am Körper und wenn wir es rausdrücken, ist es weit weg. Genau das umgekehrte Prinzip von der T-Bahn-Maschine, die wir gerade erklärt haben. Denn da ist es weit weg schwer, weil das Gewicht auch vor uns ist und wir ziehen den Hebelarm immer weiter ran, sodass es dann wieder einfacher wird. Wir schauen uns mal eine Brustpresse an, die gut konzipiert ist, dass genau diese Position nicht überladen ist. Falls ihr aber nicht anders könnt und ihr müsst so ein Gerät benutzen, weil ihr nichts anderes zur Verfügung habt, passt die Bewegung so an, dass ihr bewusst das obere Bewegungsende ausspart. Dass ihr nicht immer komplett durchdrückt und vor allen Dingen auch gar keine Pause hier macht. Denn hier habt ihr nur Spannung auf dem Trizeps, sondern dass ihr wirklich den unteren Part richtig schön mitnehmt und dann vielleicht sogar nur bis hier geht, um diesen Part, wo der Trizeps am meisten übernehmen würde, er arbeitet schon genug, komplett weglasst und dann dementsprechend in diesem Bereich euch aufhaltet, dass ihr den Trizeps hier bestmöglich rausnehmt, wenn es euer Ziel ist, die Brust maximal zu entwickeln. Und vor allem, was ich auch immer wieder sehe, ist dann, dass oben teilweise noch Zeit verbracht wird, dass wir drücken, eins, zwei, wieder absenken. Ganz genau. Und damit macht man das Problem nur noch schlimmer. Das würde ich grundsätzlich bei gar keiner Übung machen. Ich muss immer ehrlich sagen, immer wenn das Gewicht in einer Linie ist mit dem Gelenk, habt ihr keine Spannung mehr auf der Zielmuskulatur, sondern das Gewicht hängt sozusagen komplett auf dem Trizeps. Das ist auch bei Kabelvarianten so. Sei es Trizepsstrecken, zum Beispiel wenn du eine Kabelvariation machst und du machst Trizepsstrecken und du bist hier, dann machen 90% der Trainierenden eine Pause, weil der Körper ist schlau. Der will sich nicht anstrengen, der will Ressourcen sparen und der merkt, wo in der Bewegung es leichter ist. Und dann bist du verleitet dazu, dort eine Pause zu machen, genau so bei Bizeps Curls. Warum machen alle hier oben eine Pause? Es ist wieder in einer Linie mit der Schwerkraft und es entlastet die Muskulatur. Es fühlt sich gut an, weil wir haben eine statische Kontraktion. Es gibt ein gutes subjektives Empfinden, aber es bedeutet nicht, dass es auch wirklich effektiv ist. Von daher versucht, diese Punkte zu umgehen, rauszufinden und genau das Gegenteil zu machen und in den Positionen zu verharren, wo der Körper nicht hin will. Ich glaube, keiner würde freiwillig in der Hackenschritt in der untersten Position eine Pause machen, zum Beispiel so. Weil der Körper sagt ja alles andere als verharre dort. Genau das Gegenteil ist der Fall. Oben wird wieder gechillt, fünfmal durchgeatmet, bis die nächste Wiederholung kommt und einfach nur die passiven Strukturen unnötig belastet. Genau so ist es. Und vielleicht hier, ich will es bei euch nochmal verdeutlichen, generell hier an diesem Hebelarm. Ihr müsst euch immer fragen, wo ist das Gewicht in der Horizontalen? Da ist es am schwersten und jetzt stellt ihr euch als zweites die Frage, nährt sich das Gewicht der Horizontalen an oder entfernt es sich von der Horizontalen? Das heißt so, hier ist es am schwersten. Also, wenn das Gewicht jetzt quasi von hier nach hier geht, es nährt sich der Horizontalen an. Das heißt, es wird schwerer. Wenn es von hier nach hier geht, das heißt, es entfernt sich von der Horizontalen. Das heißt, es wird leichter. Und genau das, den zweiten Fall, es entfernt sich von der Horizontalen, gucken wir uns gleich mal bei einer guten Brustpresse an, würde ich sagen. Das heißt, die Hammer-Schrägbank wäre eigentlich eine gute Schulterdruckmaschine. Es ist eine gute Schulterdruckmaschine, ja, absolut. Wenn man schafft, sich da irgendwie drin zu positionieren, wäre das auf jeden Fall ein adäquater Ersatz. Dann stammen wir uns mal die nächste. So, jetzt haben wir mal eine Brustpresse rausgesucht. Das Entwicklus hat ja hier wirklich einige. Wo genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir hier in der untersten Position das Gewicht weiter weg haben. Und je mehr wir rausdrücken, desto mehr geht es hier in diese Ebene und es wird wieder leichter. Das heißt, hier Horizontale, sehr schwer. Hier ist es wieder in einer Linie, ähnlich wie beim durchgestreckten Trizeps oder wie beim Bizeps Curl, dass wir das Gewicht in einer Linie haben, sodass es hier leichter wird. Und das Ganze wieder dann sehr zuträglich, um dann wirklich diesen unteren Teil, wo die Brust vermehrt arbeitet, verstärkt zu trainieren und genau den Trizeps zu entlasten. Fabi? Ja, also im Prinzip, ich zeige es dir mal in der Praxis. Das heißt, gerade jetzt, wenn ich hier einsteige, dann bin ich sogar schon leicht über der Horizontalen. Und das heißt, hier seht ihr, es wird hier wirklich nur leichter. Ja, und das macht das Ganze jetzt zu einer sehr brustdominanten Übung und nimmt Schultern und Trizeps wieder ein bisschen raus. Das Ganze ist immer, ich würde jetzt nie anfangen, die perfekte Lastkurve zu suchen. Also tendenziell für eine brustdominante Übung ist das hier besser, aber es kann alles seinen Zweck haben. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Dann, dass man halt schon vielleicht bewusst eine Hammer Schrägbank mit reinnimmt in eine andere Position, wenn man Brust und Trizeps trainiert, um das dann fortzuführen und da Akzente mehr in diese Richtung zu setzen. Definitiv vertretbar. Man darf das Ganze halt nie schwarz-weiß sehen. Ziel dieses Videos ist es jetzt halt hier nur, ein Grundverständnis zu liefern, wie ihr erkennen könnt bei Geräten, falls solche Hebelarme hier verwendet werden, wo sie schwer sind, wo sie nicht schwer sind. Bei freien Gewichten ist das Ganze wieder relativ einfach. Da wirkt halt auch wieder die Schwerkraft. Bei Kabel ist es ein bisschen anders. Da kommt es halt wieder darauf an, wo habt ihr das Kabel eingestellt, von wo zieht das. Bei Kabeln solltet ihr viel mehr immer darauf achten, wo sind diese Positionen, die entlastet werden. Sprich, oder beim Schulter-, beim Seitheben, Rye Rises, bei diesen Variationen, wenn wir in der Ausgestreckten sind und das Kabel ist dann meistens direkt am Körper in einer Linie, die meisten werden wieder eine Pause machen. Es fühlt sich gut an, die statische Kontraktion ist da, aber ihr werdet einfach nur eure Zielmuskulatur entlasten. Also das heißt, schauen, je nachdem wo wir sind, Gerät, freie Gewichte, Kabel, wie können wir die erkennen, wo sie schwer sind und wo gegebenenfalls nicht und das dann für euch nutzen. Und vielleicht habe ich noch ein Beispiel auf Lager, das wir hier auch hervorragend nutzen können, wie man so eine Lastkurve auch manipulieren kann. Da können wir ja auch mal noch kurz hingehen. Und zwar haben wir hier die Isorow und die hat, glaube ich, auch wirklich fast jeder im Studio. Also die sieht man echt in jedem Studio. Jetzt könnt ihr hier wieder sehen, ich mache es mal ein latfokussiertes Rudern, setze mich einmal hier hin und rudere das Ding. Und was ihr hier seht, ist, es wird von leicht zu schwer. Hier oben sind wir wieder in der Horizontalen, also hier ist es am schwersten. So, genau, der Hebelarm und von hier aus geht es runter. Was ihr jetzt machen könnt, das ist einer der Gründe, warum sich diese stehenden Rudern so etabliert hat. Wenn ich jetzt hingehe, stelle mich hier hin, stabilisiere mich hier vernünftig und rudere jetzt so. Dann rudere ich jetzt von horizontal nach oben, also von schwer zu leicht. Und das wird euch auch erlauben, hier mehr Output zu bringen. Also ich muss sagen, ich nutze beide Varianten. Ich trainiere inzwischen auch, ich habe diese verkürzte Position, habe ich zwischendurch mal so komplett gestrichen. Inzwischen benutze ich es auch mal wieder ab und zu ganz gerne. Aber gerade auch, weil man variieren möchte oder eben halt ein anderes Lastprofil haben möchte, bietet es sich allen in meinen Augen. Absolut. Man muss halt wieder verstehen, was will man erreichen. Es gibt kein richtig oder falsch. Und dann halt wieder die Sachen so zu manipulieren, dass sie für euch ertragreich werden. Ich sage mal so, für die meisten Anwender, die wirklich Lattfokus hier trainieren werden, ist die stehende Variante definitiv vorzuziehen. Dass wir halt die Arme möglichst rausnehmen, weil 99% der Trainierenden haben eher überdominante Arme und Schultern, weil sie halt viel falsch machen oder diese Sachen noch nicht so gezielt einsetzen. Und Brust und Latt haben dann immer das Nachsehen. Von daher würde ich sagen, breit ist das Anwendungsgebiet sicherlich Geräte zu nutzen, die dementsprechend eher in dieser Ebene funktionieren. Und weniger hier, dass sie halt nicht alles einfach nur aus dem Unterarm zieht. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist aber auch so ein wichtiges Fazit aus dem Video heute. Ich habe früher auch mal die optimale Lastkurve für einen Muskel gesucht und die gibt es nicht. Nein. Die gibt es nicht. Man muss sich erstmal nur darüber bewusst sein, was macht was und was jetzt zum Beispiel auch heißen kann. Naja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel die Hammer Strength Brustpresse, habe da eine schräge Brustpresse, habe aber ansonsten nur noch kurz Langhandel und eine Multipresse. Das heißt für mich halt auch zum Beispiel, okay, ich weiß, die Hammer Strength ist in der verkürzten Position am schwersten. Dementsprechend mache ich die zuerst und mein Compound mit einer Kurzhandel oder mit einer Multipresse, der dann eben in der Dehnung am schwersten ist, als zweites. Teilweise sind es ja auch einfach nur Erkenntnisse für euch, was ihr wann macht und nicht, was jetzt unbedingt besser oder schlechter ist. Und ihr kriegt ja auch Feedback vom Körper. Achtet mal drauf, wenn ihr mit diesen Sachen spielt, wo ihr die Muskulatur spürt, ja, oder zum Beispiel in der Hammer. Ich war noch nie ein Freund davon. Ich konnte es zwar früher nicht erklären, warum, aber ich habe mich reingesetzt und habe mich immer gefragt, warum alle mit diesem Ding trainieren, weil ich es immer nur in den Armen gespürt habe und nicht wirklich in der Brust, weshalb ich es auch nie in meine Pläne eingebaut habe. Heutzutage weiß ich warum, aber dieses Körperfeedback ist enorm wertvoll, dass ihr damit auch arbeitet, wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt. Und das ist bei vielen Geräten einfach genau durch solche Fälle gegeben. Dass man halt zum Beispiel das nur im Arm merkt, da denkt man im Rücken, kommt eigentlich nicht wirklich was an. Auch selbst wenn ihr das noch nicht versteht und erklären könnt, dann hört auf dieses Körperfeedback und sucht euch gegebenenfalls andere Übungen, denn es gibt genug Alternativen, um dann dementsprechend wirklich die Bereiche anzuzielen, die ihr auch bearbeiten wollt. Ja, und ich meine, gerade bei den Hammerstrength-Geräten muss man ja eben sagen, an sich die Mechanik ist ja super. Also während die Lastkürme vernünftigen, während das super Brustpressen und so, so können eben einzelne Komponenten darüber entscheiden. Aber ich denke, das hat euch mal wahrscheinlich hoffentlich einen guten ersten Einblick gegeben, das Thema. Genau, schaut euch mal eure Geräte im Studio an. Die typischen Hersteller haben wir jetzt mal so ein bisschen abgedeckt hier. Hammer gibt es so ziemlich in jedem Studio. Aber auch gerade, wenn ihr mal neue Geräte seht, nehmt es mal als Challenge und guckt doch mal, versucht mal zu verstehen wirklich, wo sind die Geräte schwer, wo sind sie leichter, geht ihr mit ganz anderen Augen durchs Studio und könnt euer Training auf jeden Fall noch weiterentwickeln.